Allein Schritt hier rüber, und zwar auf 3 counts, so 1, 2, 3 und auf dem Schritt kommt das hier. Und dann gehen wir zurück auf 3 counts. 1, 2, 3 und klatschen, okay? Jetzt probieren wir mal. Wollen wir bereit? Yes! 1,2,3,5 Auf drei Uhr klatschen, rüber, klatschen, runtergehen und strampeln, okay? Und dann machen wir das so, dass wir von hin und her wieder aufstehen. Wir strampeln so für fünf Sekunden. Oh, ich hab wieder was. So, dann probieren wir das. Seid ihr soweit? Ja! Okay, drei Schritte rüber. Eins, zwei, drei, vier. Zurück. Eins, zwei, drei. Und runter ins Kampel. Vielen Dank.